Wahnsinn, ich gehe durch die ganzen Sträucher, Junge. Das war ein Drill hier beim Sturm, was? Yeses! Ein bisschen Kraut in der Rute. Ja. Ein bisschen mehr Kraut in der Rute. Aber Fisch, Freunde. Vier Stück. Die zwei Stunden sind noch nicht um. Auf die Bull Baits und auf die Biggie Baits. Mega. Bull Sturm, wie soll ich? Nein, jetzt nicht rein! Junge, das ist doch scheiße! Ernst? Was ist das mit Hagen?